Darida, das könnte gefährlich werden, das könnte die Führung geben, da ist der Führungstreffer, sie liegen vorne in diesem Spiel, das ist die Führung trotz Unterzahl, so musst du hier auch erst mal aufspielen, jawohl Wolf, sie rufen hier eine richtige Energieleistung ab, hoffen wir mal, dass sie das auch bis zum Ende durchhalten können, so, da hätten wir also das 1 zu 0, mal sehen, wie es hier weitergeht, gibt es jetzt die Gelegenheit, ein toller Pass, wird das jetzt gefährlich, da trennt er ihn vom Ball, Wuchs, tolles Tackling von ihm, Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch, sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene, technisch von allen Spielern, große Klasse, den spielt er in den Lauf, super Flanke, der Abwehrspieler steht hier einfach richtig, gutes Stellungsspiel, Kalou, Ibišević, jetzt müssen sie aufpassen, Wuchs, die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt es noch, extra, Ebišević, Haraguchi, gut verteidigt hier, gut Monsten, knappe Pausenführung, es steht 1 zu 0, das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Da trennt er ihn vom Ball, Kalou, er entscheidet auf Freistoß, Kalou, Haraguchi, und Tor! Jo, sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld bewiesen, und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen bist. Alles wieder offen in diesem Spiel. Und damit alles auf Anfang, es steht 1 zu 1. Kalou. Ebišević, das könnte der Gelegenheit werden, Schuss, jetzt haben sie es, sie führen hier. Jetzt steht es hier, 2 zu 1, eine enge Kiste. Gut, Monsten. Wird das eine Torchance? Sehr guter Einsatz. Kalou. Ebišević. Darida. Und er schießt. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Brady. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Super Einsatz vom Torhüter. Das gibt einen Eckball. Da zieht er ab. Der Ball fliegt Richtung Tor, geht aber dann... Doch ein gutes Stück drüber. Klasse Einsatz, aber er kommt auch an den Ball. Guter Ball nach draußen. Gute Idee, den auf den Flügel zu legen, aber der Gegner hat aufgepasst. Stark gemacht, das könnte was werden. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgefiffen, abseits. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Das macht er gut. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Das könnte gefährlich werden. Und er... In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Muss ein Wurf geben. Brooks. Galou. Jetzt haben sie den Ball verloren. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Galou. Da steht die Abwehr sicher. Galou. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. What? Brooks. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wuchs. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Per Kopfball. Er versucht es mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Jetzt wird es gefährlich. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Macht er ihn. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein echter Fels in der Verteidigung. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Mit dem Ball. Galou. Ein fantastisches Tor. Und bei diesem Treffer profitieren sie von der Überzahl. Ja, sie wissen mit der zahlenmäßigen Überlegenheit wirklich gut umzugehen und spielen das hier klug aus. Keine große Überraschung, dass der Torhüter heute nochmal hinter sich greifen muss. Er ist heute sehr unsicher, aber an ihm alleine kann es eigentlich auch nicht liegen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3 zu 1. Entscheidet schnell und richtig. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Das hat die Mauer gut reagiert. Abgeblockt der Ball. Und jetzt ein Schuss. Der Ball kommt. Die Flanke hat er. Spielt den Ball direkt zurück. Wird's jetzt gefährlich. Eswein. Das macht er gut. Er schießt. Den Ball hält er gut. Defour. Wird das eine Torchance? Defour. Gute Aktion. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt. Und die Chance ist vorbei. Kalou. Gut gemacht vom Torhüter. Es sah so aus, als kämen sie durch. Und jetzt die Chance. Brillant gemacht. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Drei Tore in einem Spiel. Ich glaube, Buschi, den Spieler des Spiels, haben wir gefunden. Ja, kann ich nicht widersprechen. Ganz klar, Wolf. Er zeigt hier eine Riesenleistung und ist mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4 zu 1. Noch ist nicht Schluss. Vier Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Er spielt den Steilpass. Darida. Kalou. Das macht er gut. Kalou. So, es bleibt hier in dieser Partie beim 4 zu 1. Das war der Schlusspfiff. Was für eine Serie. Maximale Ausbeute. Neun Zähler aus drei Spielen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben. War der entscheidende Mann mit seinen drei Toren. Sensationelle Leistung. Das ist hier. Abangehen. ganz schön. Die Saison ist und da, wie Böckst feminism.